hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge seven days to die in der alpha 21 so die zahl 7 ist rot wie man oben schön sieht das bedeutet horde nacht bald ist es soweit lange müssen wir nicht mehr warten aber wir haben noch ein bisschen was zu tun ich war in der anderen in der alten basis und habe ich habe schon aufgewertet gehabt ist natürlich richtig schön viel tatsächlich sehr viel also über 1500 wir können jetzt hier ein bisschen aufwerten wieder und die beiden wollen wir auch jetzt sowas aufwerten wenn wir schon sowas haben was wir natürlich auch machen können wenn den rahmen hier stärken das ist nämlich dann ein zusätzlicher block der von den zombies angegriffen wird bevor der fisch stahl bevor halt das innere dann angegriffen wird oh gott ist das kein cobblestone sieht das nur so aus einmal ja okay das machen wir dann wenn wir das reparieren müssen können wir das immer noch erweitern kein holz einfach nur schlechterer cobblestone würde ich sagen tun wir jetzt direkt schon mal hier so ein paar spikes aufstellen oh nein so schweben die wegen boden muss ich den boden weghacken 5.000 ja da gehen sie nicht in den boden das kann doch jetzt nicht dein ernst sein kann er jetzt nicht hier 5.000 weghacken ja bleibt mir nichts anderes übrig müssen wir machen da habe ich es nicht mit gerechnet ich habe wieder keinen kaffee dabei das tor geht im gesamten weg und nicht nur ein teil davon das tor geht im gesamten weg und nicht nur ein wenig Ja gut, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun, ne? Ja, kann ich da was draufsetzen? Oh ja, das geht. Können wir hier schon direkt mal zumachen. Die liegen tatsächlich drüber, guck mal, das sieht man hier auch. Die liegen da drüber. Was ein Quatsch. Hm, ne, da ist der Ausdauerverbrauch zu hoch für... Oh, die kaputten sind nur 500. Wo können die nicht alle kaputt sein? Oh man, das nervt. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö was das ausmacht für die Zombies, dass sie sich da anfangen zu graben, warum sollten sie, ich glaube nicht, oder? Vor allem wenn da gleich Spikes stehen, dann warum sollten sie da graben? Mit ihrem Gesicht könnte sie dann da graben. Es ist nass, es regnet es? Ah, es regnet ja, es regnet. Oh Mann ey, da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass ich diese Platten hier weghauen muss. Da sind wir ja ganz schön froh, dass wir hier diese Spitzhacke haben. Mit der kleinen Axt 5000 weghacken ist schon eine Tagesaufgabe. Ich befürchte schon fast, dann werden wir heute auch nicht mehr viel machen, außer wegklopfen und danach Zombies. Ich weiß nicht, ob ich drüben Kaffee habe. Mit Kaffee wird das schneller gehen. Wenn ich die Zeit investieren, um Kaffee zu holen und dann in die Gefahr ranzulaufen, dass ich drüben keinen Kaffee habe. Warte mal, was wir noch anders probieren müssen. Aber hier sieht der Boden normal aus. Hier kann ich welche drauf stellen, oder? Ja, hier kann ich es hinstellen. Okay. Kann ich da ja schonmal... Kann ich hier wieder aufheben? Ne. Kann ich da ja schonmal welche hinstellen. Da müssen wir gleich nur beim Laufen aufpassen. Und wir können hier unsere Türen... Ich habe mich extra gecraftet. Guck mal, jetzt mal eben das Design an. Guck mal, so sieht es normalerweise aus. Sieht natürlich schön sicher aus. Okay, es gibt einfach nur verschiedene Farben. Schade, ich habe gedacht es gibt verschiedene Designs. Dann mal eine Farbe. Schwarz. Mal nach außen. Mal nach außen. Mal nach außen. Mal nach außen. So. Dann haben wir hier nämlich einen schönen Abschluss. Ja, sehr gut. Also müssen wir da unten den Weg weghauen. Mal reparieren. Dann kommen die Spikes wieder rein. Okay. Entschuldigung, Kaffee. Also sie müssen wir auch noch aufhören. So, die Leiter hier auch. Okay, gehen wir eben Kaffee holen. Ich mein, wir hätten welchen da. So, ich hab auch ein paar Fackeln eingepackt, damit wir dann den Gang auslöschen können, damit wir besser sehen. In der Nacht. Guck mal, das ist ein Scheinchen. Da haben wir hier noch was drin. Guck mal, da sind 12 Eisenbahnen noch drin. Wunderbar. Ich musste ja für die Türen wieder was einschmelzen. Äh, was wollte ich jetzt? Kaffee. Zwei. Oh. Kost Kaffee. Kaffee. Oh. Ja, schön. Aber da. Und wir haben noch viel Wasser. Wie lange dauert das? Sieben Minuten. Oh, eine Minute pro Kaffee. Das ist natürlich auch wieder. Uuuuh. 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 Schärflich. Uuuuh. Uuuuh. Ja komm, da gehen wir eben noch ein bisschen schaffen. Wir haben ja jetzt zwei Kaffee, die halten ja auch erstmal. Uuuuh. 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 Wenn die dann außen kommen und uns dann holen kommen, die Kaffee. Da sind es wahrscheinlich schon ein paar Minuten vergangen. Da sind die sieben Minuten auf jeden Fall schon vergangen. Ich gehe schon aus. Aber der Friedhof gefällt mir wirklich gut. Die Krips gefallen mir wirklich gut. Aber von der Seite? Okay. Von der Seite? Jawoll. So. Häftchen reindrücken. Und dann gehts los. Es geht dahin, geht schneller, dass wir weniger Austaufe brauchen als die Kaffee. Oder schneller Ausdauer regenerieren. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall. Wir sind nicht mehr ganz so schnell Ausdauer leer. Für drei Minuten. Ich hatte gedacht, der Kaffee läuft länger als drei Minuten. Aber okay. Passt schon. Das sind dann, wenn wir zwei Kaffee getrunken haben, sind das sechs Minuten. Plus Hin- und Rückweg sind wir bei sieben Minuten. Dann haben wir auf jeden Fall den Kaffee da drüben durchgelaufen. Ja. So. Wow. und ihr so alles klar das ist natürlich jetzt ein langweiliger job schade hätte ich nicht mit gerechnet dass hier so platten liegen aber zum glück liegen nicht bis oben zum glück liegen die nur bis zur treppe müssen wir jetzt noch dreimal hier machen und dann hier noch vier also sieben mal nur eben was aufstellen um die ausdauer zu regenerieren und zeit trotzdem sinnvoll zu nutzen jetzt geht es nochmal weiter 36 sekunden aber noch kaffee wirkung ein kaffee sind ungefähr zwei steinplatten das ist schon heftig ne drei minuten lang auf zwei steinplatten rumhauen aber gut jetzt wird er sehen wie schnell die ausdauer wieder runter geht oder kaffee die steinplatte machen wir jetzt ohne kaffee weg hier damit sich der nächste kaffee auch wieder lohnt ja voila kaffee benutzen und weiter geht's ich bin gespannt wie die horne nacht abläuft vielleicht machen sie auch die base kaputt vielleicht müssen wir dann wieder zur polizeistation zurückkehren und uns dort der heimat weil die base total kaputt ist hier ausdauer generieren ja fühlt sich das wird auch schon echt knapp wir haben jetzt gleich 14 30 ich weiß gar nicht ob wir das schaffen die alle hier weg zu kloppen oder ob wir die spikes lieber woanders hinstellen das ich weiß gar nicht spitzacke ist gleich kaputt ich möchte auch nicht alle alle reparaturkits verbrauchen das ist doch schon ordentlicher gang und wir können ja hier dann auch wieder von vorne machen ne guck mal die treppe jetzt nicht aber hier hier geht's nicht wegen dem rahmen ja aber da hin guck mal direkt über die tür hier dann haben wir den bereich schon mal komplett abgesichert jetzt hier ich werde da jetzt nicht weiter rum kloppen das ist mir zu blöd und äh eure zeit mir zu kostbar wir bringen die von außen an weil die gefahr ist natürlich auch groß dass die versuchen sich hier an der seite durch zu kloppen wir hoffen jetzt einfach mal dass die nur von vorn können 400 metern ist das ding ne hier können wir uns gleich noch holen oder da liegt ein scheiß lappen ein scheiß lappen liegt da der verhindert dass ich das ding da hinlegen kann so was beklopptes ok nein 66 komm wir gehen hier noch ein bisschen weiter wir werden natürlich auch noch welche machen vielleicht einmal komplett ringsrum gehen das wäre natürlich sinnvoll vielleicht mal gucken wie viel wir da eventuell noch brauchen komm schon echt weit mit denen ne viele brauchen wir da nicht mehr ich hoffe nur dass jetzt nicht irgendwelche zombies die jetzt noch schon rumlaufen und sie gleich wegreißen weil die es lustig finden guck mal viel haben wir nicht mehr äh spikes was können wir denn nur noch machen 21 ja dann machen wir die 21 können wir zwar nichts mehr aufwerten außer wir hacken wieder ein bisschen holz das lohnt sich gar nicht das lohnt sich gar nicht wir können ja mal irgendwie 21 Stinger durchlaufen die mal eben ein paar Bäume fällen gehen die haben wir da schon drin war mir bekannt vor aber könnt mich auch vertuen Er sieht doch gewinnbringend aus der Baume da, oder? Wo läuft sie? Mädel. Stecknicknisch. Bringt mir 3 Wals. So, 21 sind hergestellt. Schauen wir mal wie weit wir kommen. Mit den 21. Das ist ein guter Holzlieferant, die Paletten. Oh. Ich wollte nicht stören, Kollege. Ganz ruhig weiter schlafen. Na, weiter hab ich gesagt. Oh Gott. Hallo Tasche. Kartoffeln. Zwei Kartoffeln. Oh, das ist Holz. Das gibt Kohle. Okay. Aber auch Holz. Ich krieg mir eventuell nochmal Honig. Nein. Seid uns nicht vergönnt, Honig zu kriegen. Der linken Kollege. Ich weck den mal auf, bevor der... Oh. 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 Schöne Sportjacke. Schöne Sportjacke. Wir können noch ein paar mehr machen. Äh. Nochmal 22. Ja komm, machen wir. Und in der Zeit, in der das produziert, holen wir uns da hinten den Drop. 400 Meter ist noch nicht viel. Sagte er und war den halben Tag unterwegs. Hätten uns die Höhle markieren sollen, wo wir eben gegraben haben, ne? Die haben wir ja nicht markiert. 2,200 Meter nur noch. Das geht flott. Hallo. Oh. 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 Hallo Schwester. Oh. Was haben wir da drinne? Ouh, eine Schausflinte! Oh, eine Schausflinte! ...und ein Waffen... Ein selbstgebautisches Maschinengewehr Paket. Oh. Selbstgenauertes Maschinengewerktualität 4 selber herstellen. Geil. Was haben wir hier? Medizinische Handwerksfähigkeiten. Verbesserungsfertigkeit von Gewehren. Selbstgenauertes Gewehrstufe 3. Haben wir schon, ne? Ja. Arbeitszeit von Handwerksstationen. Oh krass, guck mal, jetzt haben wir eine Schrotflinte noch dabei. Ja, wir müssen noch die Eisenrohre holen, das stimmt. Das fällt mir jetzt auch gerade ein, wo ich das lese. Wir müssen noch die Eisenrohre holen. In der Basis. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die Basis. Oder wir gehen jetzt nochmal hin und machen die Spike-Runde zu Ende. Und dann gehen wir in die Basis. Holen die Eisenrohre zum Reparieren. Holen die Munition für die Schrotflinte. Und ey, dann sind wir, glaube ich, echt gewappnet für die Horde Nacht. Dass wir jetzt noch so viel Lootglück haben an der Stelle. Das ist schon echt nice. Das ist schon echt nice. Komm wir da durch. Ja, glaub schon. Da läuft wieder der freundliche Nachbar durch die Nachbarschaft und kontrolliert alles. Ja, 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 ja. Ich hab was gesehen. Auch gesehen. Hier. Hier wirst du schon mit diesem Blurry, ey. Das ist total ekelig. Was willst du? Willst du was von mir? Komm her. Ja, ja, siehst du. Jetzt mal besser nicht kontrolliert. Äh. Bin das Fahrradfahren von PUBG immer noch gewöhnt. Da muss man das Fahrrad erst aufheben und kann dann nochmal aufsteigen. Ich klicke mal zweimal. Oder ich drücke mal zweimal. So, da sind wir wieder. So. Und wir haben neue Spites. Okay. Nein. Äh. So lasse ich mal hin. Vorne klopft, ey. Wenn wir so eben die zwei frei hier. Damit wir da auch rein und raus kommen. Kann ja sein, dass wir uns überrennen und wir schnell flüchten müssen. Alles im Bereich des Möglichen, ne. Deswegen. Wo kommen die schon wieder her? Hey. Nein. 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 Lauren kleine Krinegezen. Ja. Könnte wieder zu. Nein. 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 Arschkrampe. So, 1, 2 haben wir noch. Den können wir mitnehmen. Und erstmal die Röhrchen holen. Die Munition holen. Alles nochmal durchreparieren. Die Fackeln muss ich noch anbringen. Das habe ich noch vergessen. Dann tun wir die Fackeln mal hier unten reinziehen, damit wir die sehen. Immer ein bisschen wieder entleeren. Weil wir kriegen natürlich auch in der Horde Nacht von möglichen Zombies möglichen Loot. So, warte, pass auf. Wir hatten eine neue Jacke bekommen. Die können wir hier rein tun. Sohle, ja. Ich habe noch was zum Verkaufen gesehen. Hier, Kartoffeln. Haben wir schon gehabt, okay. War mir nicht bewusst. Ja. Brille. Was haben wir mit der Brille? Wahrnehmung. Ja. Das ist Brille. Den 3er haben wir. Wir haben einen 4er. Also alles gut. Können wir verkaufen. Äh. Die Waffe muss jetzt hier unten rein. Wir brauchen jetzt erstmal nichts aufwerten. So. Äh, die Medizin. Die Medizin da, ne? Ja. Ich tue hier die, hier tue ich hier ablegen. Einfach nur, weil wir sie jetzt gerade einfach nicht brauchen. Jetzt während der Zombienacht, Hordennacht brauchen wir das nicht. Coopplestones, müssen wir auch nicht mitnehmen. Können wir auch hier lassen. Reparaturkit. Das Messer können wir auch hier lassen. Das muss dem Kampf nicht viel helfen. Das Ding können wir hier lassen. Können wir erstmal runternehmen. Äh, Eisen können wir hier lassen. Die beiden nehmen wir mit. Äh, Eisenrohre da. Können wir hier nur durch reparieren. Wir machen voll, wir machen voll. Das ist besser. Hier auch voll. So, alles durchrepariert. Wir haben noch vier Reparaturkits für die beiden. Äh, die mache ich so. Das so. Äh. Und den mal rausnehmen. Das restliche geschmiedete Eisen raus. Das sind nämlich wieder zu viel Lehm drinne jetzt. Das Eisen, das wir hatten. Äh, wir machen nämlich jetzt den Lehmboden wieder raus. Den Messing wieder raus. Das restliche Eisen wieder raus. So. Wenn die Barren durch sind. Äh, Lehm kommt hier. Wir hatten hier nichts mehr, ne? Nein. Haben wir hier noch Wasser? Uh, guck mal hier. Schön. Käffchen. Ausschalten. Und es fängt schon an zu donnern und zu blitzen. Das bedeutet, wir gehen am besten jetzt schon mal hier rüber. Wir haben 18 Uhr. 15 Uhr. Es dauert nicht mehr lange. Äh. Wir müssen, wie gesagt, noch die Fackeln anbringen. Das sieht so scheiße aus. Ich weiß nicht, was das ist. Warum das so aussieht. Verstehe ich nicht. Wirklich nicht. So, ich würde mich jetzt hier an der Seite. Da. Da geht's irgendwie nicht. Hier. Ganz schön. Da kann ich das Bild machen. Aha. Witz. Ja. Da zwei Fackeln hinmachen. Ach so, Mist. Ich komme ja da nicht mehr rein. Ja gut. Dann machen wir die Fackeln hier rein. Und eine Fackel. Hier hin. Dann sehen wir unsere Leiter. Eingang. Und die Krypte. Äh. Nur mal zur Sicherheit. Ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge zur Hordenacht wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sorry, dass wir jetzt hier an dieser Stelle kappen. Aber es hebt einfach ein bisschen die Spannung. Und, ähm, natürlich, äh, können wir danach auch noch ein bisschen Folge dann weiterhin aufnehmen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Lass mir ein Like da. Und, äh, bis zur nächsten Folge. Wenn es dann endlich heißt, Hordenacht. Ciao. Und tschüss. Bleibt gesund. Tschüss. Äh, ich wiederhole mich immer wieder. Ciao.